immer Aber ich brauche immer noch vieles Wasser, ne, nach so einem Böntchen. Wollen wir mal gucken. Die Autos. Wollen wir mal einen Weg zu finden? Dango. Yakuza Cracker. Okay. Hör bei dem was, aber ich hab auch nicht auf Bahnen gehen. Das sieht nicht mehr gesund aus. Hm. Was sollst du denn schließen? Was sollst du denn? 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 Ich bin ein, was sollst du denn? Das war's für heute. 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 Von wo an! So, da ist halt noch mehr, ne? Ist alles voll, oh mein Gott. Warum können wir da einkaufen gehen? Wollen wir noch fliegen können hier? Ah, okay. Ich brauch natürlich Grundsinn. Oder wir kaufen einfach. Warte mal, ein Knopf hier. Ein Verbruch, oder? So wie es aussieht. Da ist noch sowas. Ein bisschen Windy. Ich brauch keine. Ja. So stark streichen, dass man auch die Müllwäge weg macht. Woran denkst du? Ja. Haltet euch bloß von den Krämen. Okay. Einer wollte doch gar nicht. Scheiße. Ich geh mir erst mal was einschoppen hier. Guck mal, was funktioniert. So, ich glaube, wir müssen dann hier so, da so. schon mal was. Ja. Ja. Das ist ja nicht so. Ja. Ja. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich will mitnehmen. Mal mit. Und. Wie kann man davon kaufen? Ach, nur elf Stück. Oh, 33? Oh, ich glaube, ich müsste teuer. Fünf Stück. Hm. Na, komm. Ich glaube, man kriegt sowieso ziemlich viel Kohle. Hundefutter haben wir noch zwei. Inzend Nudeln. Nehmen wir auch ein paar mit. Makrele. Nehmen wir auch ein paar mit. Und das auch. Epa, Dein Fuku. Für den süßen Nachtisch. So. Ja. Miau. Das ist das. Wackertelion. So. Oh, ich komme jetzt wieder da hoch. Nach oben kann ich nicht fliegen, ne? Ich kann so nur noch unten begleiten. Das ist irgendwie schade. Was gibt es hier so? Ach, hier sind wir. Na gut. Jetzt wird sie ein bisschen leben. Da ist immer da. Da ist wohl da, ne? Ja. Oh. Oh, ich bin das drüben. Okay. Oh. Oh, ich bin da. Oh. Oh. Ich blieb mal da runter. Und dann müssen wir auch, glaube ich, ähm, genau, hier wieder, da reingehen und dann müssen wir natürlich voll labern, dass wir das aus dem Antrag aus erbrüllt haben. Ja, ich glaube, das war's doch. Na, mal schauen, was passiert. Haben wir es ja gereinigt. Ja, cool. Und jetzt? Ist es einfach weg? Ach so, es ist jetzt praktisch, äh, ich fährt jetzt ein Hähnchen dran. Also, ich nehme an, dass es fertig ist. Ach, Mann. Da sind wir auf alle Fälle. Katze? Turi. Was war das hier? Ah, das Krankenhaus. Okay, dann ist hier Shibuya-Kreuzung. Ah. Wir können sogar alles irgendwie frei dingseln, ne? Aber ich glaube, da kommen wir noch gar nicht hin. Magatama. Ich will das, ich will das finden, aber ich weiß halt nicht wo. Das wäre jetzt, glaube ich, zu einfach. Na gut, wir brauchen erstmal... Wir müssen erstmal dahin. Dahin müssen wir. Jetzt gucke ich auch mal meine, äh, Telefon-Dingses ein. Boah. Krass. Kann man hier stillreise machen, oder was? Hier gibt es ja auch solche Statuen, ne? Die wäre halt schon nice. Warte mal. So. Ah, okay. Also man kann keine stillreise machen. Okay. Das ist ein Nachteil in Japan. Es ist so viel zu entdecken. Einfach zufrieden, wenn man hier geht. Okay. Okay. Hier steht. Ich muss auch mal an Binsen. Das ist schon etwas praktisches mitzunehmen. Für ein paar Punkte. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist doch ein bisschen eine kleine Stimme. Aber das ist doch ein bisschen ein bisschen. Das ist gut. Ich bin ein bisschen ein bisschen aufsieinander. Ich bin ein bisschen auf das Spiel. Dann, ich bin ein bisschen auf das. »Achina?« 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 Okay. 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 Große Schreiner reinlegen. Ja, ist er gut. Da bist du. Insel her. Verkehrt. Oh. Ach. Verkehrt. Oh. Ja. Oh. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man, das ist leicht. Vielen Dank.